METP ist Motor Activity Trainingsprogramm. Das ist das, was Sie hier sehen. Es sind verschiedene Aufgaben, einerseits Bewegungsaufgaben, andererseits sind zuordnen, um Farben zuordnen, also verschiedene Bereiche und sehr speziell im Hinblick auf lebenspraktische Dinge. Vieles kommt aus der Therapie und daraus hat sich das auch entwickelt. Darum haben auch wir versucht, für dieses Trainingsprogramm einen Bewerb zu schaffen. Das ist uns auch sehr gut gelungen und ich hoffe, dass der dann auch sehr bald zumindest in Europa Verwendung findet oder auch sogar in Europa hinaus. Durch die Ruhe Du hast